Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und tschau euch wieder für euch in Shettelins unterwegs. Und zwar durch euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Garnisionskisten aufmachen. Unschwar heißen die einmal große Kiste mit Bergungsgut und daraus können wir einige T-Mog Sachen kriegen, die ich unternommen haben will. Wie ihr seht vom Rogue sind auch noch drei Stück offen. Und ja, die gibt es einmal, wenn man hier Missionen quasi in der Garnison abschließt und dann noch hier dieses Wiederverwertungsgebäude hat. Und ich würde sagen, wir machen da jetzt mal ein bisschen was auf. So wie es ausguckt, brauche ich hier zweimal Waffen. Und zwar einmal kriege ich die als Kampf und dann mit den anderen beiden Specs gibt es die andere. Weiß ich nicht, ob ich hier was umstellen muss zwischenrein oder ob ich die einfach so aufmachen kann. Jetzt schauen wir einfach mal, was habe ich denn gerade eingestellt? Täuschung habe ich gerade eingestellt, mal gucken. Lassen wir erstmal Täuschung so lange drin, bis ich dementsprechend die Waffe da habe. Also jetzt haben wir schon mal eine Brust gekriegt, aber die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt euch mal zeigen, hier gibt es nebenbei halt Garnisonsressourcen. Es gibt halt, uh, da ist eine Waffe drin, aber das ist die falsche, das ist ein Dolch. Ah, die gibt es auch bei Täuschung und Meucheln, das ist dann schon... Warte mal, aber das ist doch der, oder? Ne, das ist das Messer und das andere ist der Dolch. Ah, shit, ich habe den falschen gekriegt. Eine Hose haben wir? Sieht halt genauso aus, aber es ist ein anderes Item. Und einen Haufen von diesen Rüstungsdingern kriegen wir auch noch. Na, komm, gib mir noch einen T-Mock. Eguu, das sah jetzt eher schlecht aus. Schade, 20 Kisten haben wir aufgemacht. 20 mal nix. Zwar der Dolch ist drin, aber halt das Falsche, ne? Also, das Ding heißt, äh, Messer und ist zwar ein Dolch, aber, ne? Das hier ist der richtige Dolch, den ich brauche. Wahrscheinlich sehen die auch komplett gleich aus, oder? Wenn wir jetzt gucken. Ja. Das ist wirklich das ganz gleiche Teil. Weil das eine ist ein bisschen heller. Das ist ein bisschen heller, ne? Außen als das andere. Beziehungsweise das Innere ist ein bisschen heller. Naja, gut, schade. Sollte nicht sein. Mal schauen. Ein paar Kisten habe ich noch. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal reinschauen. Dann wollen wir dann wieder 20 Kisten öffnen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.